Startelf-Prediction für einen der absoluten EM-Favoriten und der startet in Gruppe C, nämlich die englische Nationalmannschaft. Dort mit einer vermeintlich relativ leichten Gruppe, mit Slowenien, Dänemark und Serbien. Aber genau da schlummert die Gefahr, das wissen wir aus Deutschland ganz gut, dass man diese Situation vielleicht auch unterschätzt. Hier bei Diago90 wollen wir euch kurz vor der Europameisterschaft über die wichtigsten Mannschaften informieren und was wahrscheinlich die Startelf sein könnte von diesen Nationen. Also klickt euch rein und bleibt dran. Trainer Gareth Southgate ist schon seit 8 Jahren Nationaltrainer und hat eigentlich auch eine ganz gute Bilanz vorzuweisen. Bei der WM 2018 war es das Halbfinale, bei der WM in Katar war es immerhin das Viertelfinale und bei der letzten Europameisterschaft 2021 haben sie, ihr erinnert euch wahrscheinlich, im Rambler Stadium in London im eigenen Land überhaupt das erste Mal für England ein Finale einer Europameisterschaft erreicht und dort aber, wie soll es auch anders sein, im Elfmeterschießen verloren und zwar gegen die Italiener. Also eine bittere Erinnerung an die letzte Europameisterschaft, aber einerseits auch ein Erfolg. Dennoch steigt der Druck in England langsam aber sicher auf Trainer Gareth Southgate, weil man sich sagt, ey Junge, du hast einen unfassbaren Pool an Weltklasse-Spielern. Das kann nicht sein, dass wir wie kaum eine andere Nation seit 58 Jahren auf einen Titel warten, nämlich 1966 war es das letzte Mal damals die Weltmeisterschaft. Also die Engländer kommen natürlich wie immer mit richtig großen Namen daher, aber es fehlen auch einige große Namen. Wenn wir da mal drauf schauen, haben es nämlich zum Beispiel Rashford, Sancho, Grealish, Maguire oder auch Dyer nicht in den Kader geschafft, gab natürlich auch unterschiedliche Gründe. Maguire ist eigentlich ein Liebling von Gareth Southgate, kann aber wegen einer Verletzung leider nicht teilnehmen und da kommen wir auch schon zu einem Schwachpunkt, nämlich die Defensive, die eigentlich eine Stärke ist, könnte diesmal vielleicht auch ein Schwachpunkt sein. Am Ende des Videos sage ich euch, warum ich glaube, dass es für England doch nicht zum großen Wurf reicht und warum sie auch diesmal meines Erachtens nicht den Titel holen werden. Bei allen Länderspielen in diesem Jahr gegen Brasilien, Belgien und Bosnien hat Southgate in einem 4-2-3-1 spielen lassen und davon gehen wir jetzt einfach auch mal aus und starten von hinten nach vorne und zwar im Tor. CDU-Nangefochtene Nummer 1 mit Jordan Pickford, er hat für Everton alle 38 Spiele absolviert und ist zum vierten Mal Evertons Spieler des Jahres geworden, bester Rückhalt im englischen Nationalteam. Schauen wir auf die Viererkette, dort startet ziemlich sicher Kai Walker, der ist mit 34 Jahren der älteste Spieler der englischen Nationalmannschaft, ist aber eine absolute Bank. Nach wie vor sehr dynamisch, sehr athletisch, sehr schnell, für Manchester City in dieser Saison 32 von 38 Spielen absolviert, drei Titel abgeräumt und ist nach wie vor eine Bank. Von daher bekommt er hier von Southgate auf jeden Fall den Vorzug vor Trent oder auch Trippier. In der Innenverteidigung wird Southgate auf John Stones bauen, der hat zwar nur eine Startelfquote von 30% für City in dieser Saison, hat aber alle 19 Spiele für England in den vergangenen drei großen Turnieren gemacht und ist, obwohl er so groß ist und man denken könnte, auch eher schlagsiger Spieler, hat eine ganz gute Technik, auch ein Kopfballstarker Spieler, der Zweikampfstarker und hat auch ein gutes Passspiel. Man kann davon ausgehen, dass Stones in dieser Europameisterschaft auf jeden Fall gesetzt ist. Schauen wir neben Stones, da ist ein großes Fragezeichen, denn Maguire ist jetzt verletzt, eigentlich eine Bank, einer der Lieblingsspieler von Southgate. Deshalb ist die Frage, wer seine Lücke füllen soll. Entweder ist es der Kapitän von Brighton, nämlich Louis Dunk, oder es ist Esri Konza von Aston Villa. Beide sehr, sehr viele Einsätze gehabt in dieser Saison für ihre Teams. Ich denke, er wird in der Stelle mit Louis Dunk gehen, weil er dir einfach mit der Erfahrung die Sicherheit bringt und einfach ein sehr, sehr verlässlicher Innenverteidiger ist. Dann kommen wir schon zum nächsten Fragezeichen in der Viererkette, nämlich die Linksverteidigerposition. Eigentlich ganz klar, dass der Luke Shaw spielen muss. Wenn man die Engländer fragt, dann sagen sie, boah, das ist einer der besten, wenn nicht der beste Linksverteidiger, den wir in Europa haben. Super Linksfuß, ist zweikampfstark, ist schnell, hat ein gutes Passspiel, hat alles, was man auf dieser Position braucht, ist allerdings nach wie vor verletzt. Er steht im Kader und man hofft natürlich, dass er sich schnell erholen kann, dass man auf Luke Shaw zurückgreifen kann. Allerdings muss man auch sagen, seit Juni 2023, das letzte Spiel damals gegen Nordmazedonien für England, hat er kein Spiel mehr für die Nationalmannschaft bestritten und fehlt auch schon seit geraumer Zeit für Manchester United. Also trotz der solchen Saison, wenn er fit sein sollte, wird er wahrscheinlich Stamm spielen, denn Southgate mag auch seine Spielweise und wird auf ihn setzen, aber ich denke mal, dass das nicht ganz reichen wird und deshalb denke ich, dass er auf Kieran Tripp hier setzen wird, der Mann von Newcastle United, dort mit zehn Vorlagen auch der vorlagenstärkste Spieler, spielt dort aber eigentlich eher im rechten Mittelfeld. Ist ein offensiv starker Spieler, den kannst du natürlich auf links ziehen, das kann der auch spielen, ist aber kein gelernter Linksverteidiger und könnte deshalb auch eine Position sein, obwohl er erfahren ist, wo dann England doch anfällig sein könnte. Schauen wir aufs Mittelfeld und so langsam aber sicher kommen wir zu dem großen Namen. Deaclund Rice, vor der Saison für fast 117 Millionen von West Ham United zu den Gunners gekommen und absolut abgeliefert. 38 Spiele, sieben Tore, acht Vorlagen, er ist Antreiber und Abräumer Mittelfeld und auch wenn es leider nicht für einen Titel gereicht hat für die Gunners, wird er für die Engländer eine absolute Schlüsselfigur im Mittelfeld sein, eine absolute Bank, nicht umsonst waren natürlich auch die Bayern dran. Und dann kommen wir zu einer absoluten Märchengeschichte, nämlich Kobe Maino. Der ein oder andere von euch hat wahrscheinlich schon von ihm gehört, er ist 19 Jahre alt geworden im April, hat gerade erst mal im März gegen Brasilien sein Debit für die A-Nationalmannschaft gegeben, hat nur 15 Minuten gespielt und drei Tage später dann direkt in der Startelf gegen Belgien und was soll ich sagen, in der englischen Presse war der Hype absolut real, er wurde zum Man of the Match gekürt und sie haben schon gesagt, Junge, der hat was von Modric, der hat was von Seedorf, der hat was von Pirlo, der hat was von Pogba. Ferdinand hat gesagt, er erinnert ihn an den jungen Clarence Seedorf. Er hat den ersten Titel mit Manchester United geholt, nämlich im FA Cup, der hat er sogar zum 2 zu 0 getroffen in der 39. Minute. Er bringt einfach alles mit, er ist schnell, er ist wendig, er ist dribblingstark, hat ein gutes Passspiel, er geht super gerne in Zweikämpfe und setzt sich da durch und es wird sein erstes großes Turnier für England sein. Und jetzt könnt ihr euch anschauen, Freundinnen und Freunde, denn wir kommen zum offensiven Quartett und was soll ich sagen, Foden, Saka, Kane, Bellingham, sucht euch aus, wen ihr da am größten findet. Wir starten einfach mal auf der Flügelposition und zwar mit Bukayo Saka, der hat wahrscheinlich die beste Saison überhaupt für die Gunners gespielt, so torgefällig wie nie. In 35 Spielen hat er 16 Tore und 9 Vorlagen geliefert und wie Arteta sagt, auf ihn ist einfach immer Verlass. Er ist ein Linksfuß, der auf der rechten und auf der linken Seite spielen kann und hat auch in der Quali hinter Kane die meisten Tore gemacht mit vier Treffern. Er hat natürlich, wenn wir auf die vergangene EM schauen, ein richtig schlimmes Erlebnis hinter sich. Er hat einen entscheidenden Elfmeter als Zehnter-Schütze verschossen und damit die Italiener zum Europameister gemacht. Aber ich bin mir richtig sicher, der Junge, der geht resilient daraus hervor und in Deutschland wird er so hyped sein wie nie, den Titel zu holen mit den Three Lions. Schauen wir auf die andere Seite mit Phil Foden. Geht es fast genauso weiter wie mit Bukayo Saka. Er hat auch die wohl beste Saison für seinen Verein gespielt, für die Citizens. Hat da in 53 Spielen 27 Tore und 12 Vorlagen geliefert. Eine überragende Saison. Hochbegabter Linksfuß, was soll man sagen. Auf einem engen Raum willst du nicht gegen Foden spielen. Er ist einfach einer, der in 24 Stunden, wie er selbst sagt, Fußball spielen möchte und ist enorm stark auf diesem engen Raum mit seinem dynamischen Dribbling. Kann sich immer wieder wenden und Richtung Tor gehen. Ist enorm torhungrig und mit der U17 von England bereits Weltmeister geworden. Er konnte allerdings bei der Euro 2021 in Wembley im Finale nicht dabei sein aufgrund von einer Fußverletzung. Und ihr könnt es euch vorstellen, er wird maximal hyped sein und maximal motiviert, dass es diesmal anders ist, dass sie überhaupt so weit kommen und dann wahrscheinlich auch den Titel holen. Und dann kommt der galaktische Jude Bellingham zu Real Madrid gewechselt. In seiner ersten Saison direkt die Champions League La Liga gewonnen. Die meisten Tore geschossen in La Liga. 19 Treffer in 28 Spielen. Damit ist er der beste Torschütze. Torschütze für England hat er in 29 Spielen zwei, lediglich drei Treffer gemacht, ist aber nach wie vor einer der wichtigsten Spieler in der Offensive, weil er, wie ihr alle wisst, er hat das Komplettpaket. Er ist läuferisch stark, er ist zweikampfstark, er kann dribbeln, er kann passen, er kann Tore schießen. Was kann Jude Bellingham nicht? Und obendrein ist er natürlich noch ein absolutes Mentality-Monster. Damit fehlt nur noch einer und zwar der absolute Superstar der englischen Nationalmannschaft, nämlich Kapitän und Rekordtorschütze Englands Harry Kane. Er hat in seiner ersten Saison für die Bayern in der Bundesliga direkt mal die Torjägerkanone geholt, hat 36 Treffer in 32 Spielen erzielt, aber auch die haben nicht gereicht, um den Titel zu holen. Und genau da kommen wir zu dem Fact, nämlich ein Spieler wie Harry Kane, der diese Qualitäten und Fähigkeiten hat, noch keinen Titel gewonnen hat. Das kann einem einfach nur leidtun. Was machen wir jetzt mit der englischen Nationalmannschaft? Unfassbare Einzelspieler, gerade in der Offensive. Foden, Saka, Bellingham, Kane, absolute Weltklasse-Spieler. Schaffen sie es, diesmal den Titel zu holen? Das ist das große Fragezeichen. Sie sind absoluter Favorit auch, neben Frankreich und natürlich den üblichen Verdächtigen. Ich sage, sie schaffen es nicht. Wir haben gesagt, der ein oder andere Spieler in der Verteidigung, der fehlt. Bei Luke Shaw weiß man noch nicht, ob er fit wird. Maguire fehlt natürlich, muss erstmal ersetzt werden. Und die Defensive, die ist ja eigentlich die Stärke beim Team von Gareth Southgate. Aber meines Erachtens ist das auch so ein bisschen das Problem, dass er mit so vielen Offensivspielern nicht so spielt, dass die Offensive die absolute Stärke ist. Wir haben es ja gerade schon gehört, Bellingham im Klub macht extrem viele Treffer, bei England nur drei Treffer in 29 Spielen. Das hat auch was mit der Spielweise bei England zu tun. Und ich glaube, dass wenn er die nicht ändert, wenn er nicht ein bisschen mehr das Visier öffnet, dann kommen sie wahrscheinlich weit, aber sie werden den Titel nicht holen. Und soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Wenn Deutschland Gruppenerster in Gruppe A wird und England Erster in der Gruppe C, dann trifft man frühestens im Finale aufeinander. Und genau das glaube ich. England gegen Deutschland, Finale in Berlin. Was gibt's schöneres? Und dann gewinnen wir im Elfmeterschießen. Wow! Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wie weit kommt England? Ist es diesmal so weit, dass die englische Nationalmannschaft seit 1966, seit 58 Jahren endlich mal wieder einen Titel holt? Oder nicht? Schreibt es in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bitte Leute, unterstützt uns, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat. Wir stecken hier unfassbar viel Liebe und Energie rein. Und wir brauchen, ihr wisst es, bei Social Media einfach eure Unterstützung, dass man gesehen wird, dass wir das weitermachen können, dass wir euch supporten können mit allen Infos, die wir hier rund um den internationalen Fußball liefern wollen. Also, bis zum nächsten Mal. Seid hyped auf die Euro. Ich bin's auf jeden Fall. Wabos!